hallo meine lieben hier ist natascha mit einem weiteren video für euch heute basteln wir zusammen die inspirationskarte für die aktuelle the paper shelter challenge wie schon so oft erwähnt bin ich im design team und habe alle oder fast alle die stempel zur verfügung gestellt und je nachdem kann ich mir halt das motiv aussuchen mit dem ich bastle und ja deswegen wird auch dieses video wieder als werbung oder bezahlte werbung für euch angezeigt ich habe mir hier die navier bogen mit sechs verschiedenen motiven ausgedruckt habe mir eins davon ausgewählt was ich für die aktuelle karte möchte und stanze mir das ganze mit meiner stanz und präge maschine aus die stanze hat eine nahtkante beziehungsweise sogar eine doppelte die wird rein gepresst das führt leider dazu dass das so schön in die platte reingedrückt hat dass man das mit den fingerchen selber nicht lösen kann deswegen ist hier so ein haken von vom vorteil beim raustrennen der stanz schablone mit gefühl arbeiten das kann manchmal ein bisschen dauern ich habe hier so eine alte ovale stanze von spellbinders das war eins meiner lieblinge früher und auch heute bastle ich noch gern damit beim stanzen habe ich festgestellt ich weiß warum ich sie nicht mehr so oft raus hole die macht einem schon ein bisschen probleme dadurch dass sie schon sehr filigran ist ich habe hier wieder einen ich sag mal bogen müll genommen das ist eine ein verpackungs einleger von einer stencil von china key gewesen ich fand die farbe grau ziemlich schön und dann dachte ich mir okay hier seht ihr mich quälen ja das ist gar nicht so einfach ich habe dann versucht mit dem mit der walze das ganze schon raus drücken aber das ist leider echt nicht einfach habe dann angefangen die ersten elemente raus zu prickeln auch das hat nicht wirklich geholfen also da muss man wirklich sehr viel geduld mit bringen diese stand schablone kann einen manche nerven kosten es kommt natürlich auch darauf an welches papier benutzt zum stanzen manche papiere wie zum beispiel aquarellpapier ist bei mir so eins der stabilsten papiere das ist so schön gepresst dass man dann auch meistens ohne probleme das raus trennen kann natürlich ist dann sage ich mal beim müll beim billigen papier ist das eine andere herausforderung aber ich habe mich gequält und ich habe das tatsächlich auch wirklich heile daraus bekommen deswegen auch an dieser stelle es ist nicht immer also wenn ihr irgendwie probleme hat beim raustrennen es ist nicht immer die stanze das problem ist es auch ab und zu wirklich das papier was man benutzt wenn es billiges oder dünnes papier ist reißt es halt sehr gerne und ja vielleicht einfach mit etwas anderem ausprobieren und nicht die stanze direkt aufgeben ich fand dass die umrandung mit dem mit der ausgestanzen mit dem ausgestanzen ligestempel schon sehr gut zusammenpasst und das war so mein ausgangspunkt ich habe mir gedacht ja gut ich habe noch ein paar fertige hintergründe könnte die dazu nehmen aber irgendwie hat mir die farbe so absolut nicht zugesagt vielleicht weil ich zuletzt erst etwas in ich sag mal abgetönten farben in oder in erdtönen gemacht habe und ich weiß nicht was mich da wieder gerissen hat aber ich habe mir gedacht wieso nicht wir machen wieder ein papierreste hintergrund habe mir ein stück hellgraues tonpapier vom action genommen habe das schon mal auf die mattungsgröße von 14,6 x 14,6 zugeschnitten wenn ihr euch nicht sicher seid ob euer papier gerade ist hilft es dann wirklich eine kante direkt anzuschneiden so ein paar millimeter weg zu schneiden und an dieser kante entlang weiter zu schneiden dann habt ihr eher einen gleichmäßigen quadrat als wenn ihr einfach sage ich mal auf blind links drauf los schneidet und dann passt das wieder alles vorne und hinten nicht aus einem stück restpapier das ist von mir einfach irgendein drucker papier druck der nicht geklappt hat habe ich dann den aufleger in 14,2 x 14,2 zugeschnitten wie immer nehme ich einfach bleistift nun genial und zeichne mir dann zwei diagonalen an denen ich dann halt meine reste dann entsprechend ausrichte ich habe euch ja schon mal glaube ich gezeigt dass ich eine quadrat einen quadratstanzer mir neu zugelegt habe und mit diesem habe ich beim fernsehen halt viele meiner reste vernichtet was als vernichtet kann man nicht sagen die sind ja noch da aber ja ich habe sie schon zurecht geschnitten habe hier das distresskissen worn lipstick dazu genommen um meine papierkanten einzufärben damit halt diese schnittkanten wie ihr seht die meisten sind sogar mit grau pappe hinterlegt weil das halt einfach rückwände beziehungsweise nicht rückwände sondern die fronten von irgendwelchen blöcken waren ich habe die ja wirklich alle auseinander getrennt und habe das alles aufbewahrt und daraus entstehen halt wie jetzt hier hintergründe oder ich benutze das einfach nur zum stanzen an manchen stellen reist leider die kante auch beim stanzen mit dem handstanzer ein auch da muss ich sagen es liegt am papier nicht am stanzer selber da hilft das halt mit der schere die kante wegzuschneiden hier habe ich ein relativ knalliges pink noch dazu genommen und aufgeklebt und am ende hat mir das so gar nicht gefallen ich habe den quadrat dann auch rausgerissen das schöne ist auch beim basteln man macht fehler aber man kann die meistens sehr gut korrigieren dadurch dass das hier nur ein schmierzettel ist ist das auch halb so schlimm wie auch in den letzten videos zeige ich euch nicht den ganzen prozess ich möchte euch nicht langweilen ihr wisst ja in etwa wie das funktioniert sollte euch das doch irgendwie nicht klar sein schaut euch gerne die älteren videos von mir an und da gibt es einige wo ich dann solche hintergründe selber gemacht habe ich habe hier washi tape genommen einmal einfach blanco sag ich mal ein farbig in dunkelgrau in einem hellen rosa und ich habe noch eins mit pünktchen da sind alte washi tape aus dem jahr 2017 19 und 15 also ich bin da schon selbst erstaunt dass sie tatsächlich noch kleben aber alle drei sind vom action ich habe mir vorgenommen die einfach öfters zu benutzen weil die klebekraft wird halt mit der zeit nicht besser nachdem wir alles fertig geklebt haben habe ich dann das ganze auf meine zugeschnittene mattung mit klebestift aufgeklebt und natürlich mit der nähmaschine vernäht das zeige ich euch nicht im video weil meine nähmaschine ganz doof im bild passt und ja da seht ihr sowieso nichts bei also die die aufnahme von oben zeigt nur die nähmaschine wie ich dann halt papier dadurch jagen das hilft nicht dadurch dass das oval was ich jetzt fürs motiv genommen habe so eine doppelte kante hat habe ich mich entschieden dann könnte ich auch den hintergrund dementsprechend auch zwei reich umnähen und habe dann noch ein bisschen zickzack dazu genommen und auch fürs motiv dann zickzack benutzt und ja jetzt habe ich drei schichten aus pappe zugeschnitten die erste ist schon aufgeklebt ich habe dann mit dem brayer das ganze ausgestrichen damit halt auch das motiv wirklich glatt sitzt ich habe leider immer noch kein doppelseitiges klebeband im haus macht aber nichts auch mit flüssig kleber kann man wunderbar basteln und das reicht aus ist es nur etwas was halt zeit kostet das heißt beim aufkleben muss man bedenken dass das halt wirklich noch mehr zeit braucht als doppelseitiges klebeband weil das trägt man auf und das klebt sofort natürlich wie immer gewicht drauf ich habe meine glaselemente in meiner griff griffbaren nähe so das ist jetzt ein harter schnitt ich habe mir vorher überlegt welche stanzelemente ich benutzen möchte habe dann halt außerhalb der kamera die ganzen elemente gestanzt mir auch schon zurecht gelegt auch das hat schon ewigkeiten gedauert eine ja ein tipp von meiner seite aus wenn ihr sowas macht macht euch ein foto davon ich habe auch mein handy genommen habe ein foto von gemacht damit ich weiß wie ich mir das vorgestellt habe weil wenn man das einmal runter genommen hat und anfängt wieder zu kleben kann das ganz schön verwirrend sein habe dann die ersten elemente auf der rückseite schon platziert ich habe dann auch ein bisschen mit kleber das ganze festgemacht ansonsten wie immer tesafilm auf der rückseite ist mein bester freund ich wusste am anfang nicht ob ich dann zwischen den schichten vom motiv und von dem dekorativen doily oval noch irgendwas zwischen klebe habe mich tatsächlich dagegen entschieden und deswegen klebe ich auch erst jetzt das motiv auf meinen oval wie immer alles was ich benutzt habe sofern ich das selber nicht vergesse oder nachvollziehen kann packe ich in die infobox es gibt keine direkten links von mir ihr sollt euch nicht verpflichtet fühlen irgendwas zu klicken bei mir wenn euch was gefällt könnt ihr das gerne suchen manche davon also manche elemente sind davon wahrscheinlich nicht mehr käuflich zu erwerben weil ich wie gesagt schon seit 17 jahren sammle mein weiteres hobby nicht nur basteln sondern auch ich horte alles es ist wirklich sehr sehr selten dass ich irgendwas hergebe meistens verschenke ich eher was als dass ich was verkaufe wenn ich dann sozusagen die entscheidung getroffen habe etwas zu kaufen gefällt mir schon so gut dass ich das auch wirklich behalten möchte also ich weiß nicht ich kann das nicht wie andere alle paar monate meine sachen komplett zu verkaufen oder teile davon ist nicht meins ich habe dann angefangen in der rechten ecke schon mal meine elemente fest zu kleben habe dann natürlich immer wieder auf mein foto geguckt geguckt auch dass das ganze auf den aufleger drauf passt nicht so sehr herausragt die blätter und die weiße blüte kirschblüte das ist ein stand set von joycraft und soweit ich mich erinnern kann gibt es joycraft so als firma gar nicht mehr das heißt ihr bekommt wahrscheinlich wenn überhaupt noch irgendwelche reste zu kaufen oder ich weiß es nicht genauso die kleinen notizzettelchen das ist auch da sind drei verschiedene größen oder drei standselemente als set auch von joycraft die kirschen habe ich von action das ist auch ein set das ist relativ aktuell gewesen genau das ist vom letzten jahr das war ein cupcake set und da waren halt die kirschen als kleine elemente dabei und manchmal ist das wirklich schön zu sehen welche kleinen elemente mit dazu gepackt werden weil kleine elemente auf eine karte zu bringen ist noch relativ einfach als wenn man sozusagen immer so das große element sieht ich habe mir aus dem gleichen negan womit ich auch meinen hintergrund genäht habe drei schlaufen gemacht zwei kleine und eine große und habe dann unter die kirschen schon mal die erste schlaufe geklebt wie gesagt alles mit flüssig kleber ich habe versucht vorsichtig damit umzugehen trotzdem sind mir die kirchen später noch mal abgefallen aber das ist nichts was man nicht retten kann best wishes das best selber habe ich wo ist das denn ja jetzt finde ich dass die stanze selber nicht da ist ist von picket fans best wishes die heißt die die kommt halt mit dem wort selber und mit dem schatten quasi der schatten ist aus transparent papier gestanzt und das wort selber best habe ich aus dem selben papier gestanzt und das ganze dreimal geschichtet mit weißen papier resten das wort wishes ist ein element von spellbinders kommt eigentlich auch als set mit drei langen wörtern zum beispiel wishes kommt eigentlich aus best wishes ich habe tatsächlich nur das letzte wort dann gestanzt und auch das mehrmals hinterlegt die oberste schicht ist aus spiegelkarton gestanzt ich habe euch ja gesagt dass ich sehr viel verpackungs materials von schokoküssen sammle bzw über die letzten jahre gesammelt habe inzwischen kann ich auch die verpackung tatsächlich wegschmeißen weil ich davon so viel habe ich weiß gar nicht ob ich das verbrauchen kann auf jeden fall wird das auch sehr oft zum stanzen benutzt auch die notiz zettelchen die gesehen habt aus spiegelkarton sind auch aus diesem verpackungsmaterial gestanzt jetzt arrangiere ich dann die linke obere seite und klebe auch das sofern es möglich ist auf der rückseite mit tesa film fest versuche trotzdem zwischendurch das ganze ja genau da war was ich hatte aus transparentpapier fändchen gestanzt eigentlich waren es mal drei stück ich weiß nicht beim kleben ist mir tatsächlich 1 abhanden gekommen ich habe ja schon bei diesem versuch meine ganzen elemente in diese kleinen pötchen zurecht gelegt damit ich bloß nichts verliere aber irgendwie weiß nicht aber ist nicht schlimm dass es das fällt nicht auf das weiß keiner ihr verratet es ja auch keinem also ist okay aus pappe habe ich schon mal zwei rechtecke zurecht geschnitten die in etwa die mittlere größe von einem oval bedecken und das nutze ich dann zum erhöhen meines motives klebe das ganze schicht für schicht dann auf die rückseite fest mit flüssig kleber wie immer das ist teckel vom action da hatte irgendwas nicht gepasst bevor ich dann halt irgendwas zu weit rausragen lasse schneide ich das lieber weg er dann die zweite schicht oben drauf damit bekommt die karte halt etwas dimensionen und auch das motiv selber war ja schon in mehreren schichten aufeinander geklebt und es ist etwas höher aber irgendwie gefällt es mir wenn das so ein bisschen alles abstand hat auch unter die kirschen habe ich ja bereits pappe drunter geklebt damit durch das ganze etwas erhöhen kann ich weiß auch nicht ob ich das gesagt habe beim best wishes habe ich nur die rechte seite mit kleber bestrichen weil das ja nur zur hälfte auf dem motiv auf sitzt und ich kann natürlich nur da kleben wo es flach ist und das was rüberragt habe ich tatsächlich nicht geklebt da sind die kirschen die abgefallen sind da versuche ich mir sozusagen einen abzufrimmeln dass ich die vernünftig so wie sie waren wieder drauf klebe und ja gewichte drauf das gewicht beschleunigt bzw verteilt den kleber und garantiert euch dass das ganze dann auch wirklich fest ansitzt wenn ihr einfach nur so klebt und das liegen lasst kann sich das papier halt ein bisschen wählen und dann klebt es halt vielleicht nicht so flächig wie das gerne hättet da kann man auch alles mögliche für benutzen manche nehmen einfach ein buch und beschweren das mit einem buch wie gesagt ich habe diese glaselemente schon seit ewigkeiten das waren geschenke von meinem mann die habe ich sowieso gerne bei mir und ja die benutze ich halt auch beim basteln zumindest einen sinn haben sie hier kommt die letzte kirsche zum einsatz ich habe übrigens die kirschen auch aus papier resten gestanzt das ist auch so eine art ich denke mal rosa metallic das war auch eigentlich eins von den folierten action blöcken die hatten auf der front auch immer so ein streifen wo das ganze folierte auch zu sehen war und daraus ist quasi ein quadrat gestanzt und aus diesem quadrat habe ich dann die kirschen gestanzt ich habe mir für den aufleger schon mal pappe zurecht geschnitten den ich dann sozusagen auf meinen kartenrohling aufklebe der ist auch so wie der aufleger in 14,2 x 14,2 gestanzt damit es auch nicht über die karte hinüber ragt oder über den oder größer ist als die mattung ich möchte dass dass man das nicht direkt erkennen kann auch hier kann man eine schaumklebeband benutzen wenn man das lieber hat ich wie gesagt ich habe ganz viel pappe von den ganzen blöcken gesammelt und aufbewahrt und jetzt kommen sie zum einsatz ich finde auch pappe dadurch dass es flächig ist ist stabiler natürlich wird eure karte dementsprechend auch schwerer das heißt wenn ihr sie verschicken wollt ist das vielleicht nicht die beste lösung weil das das mehr gewicht dazu zählt der kartenrohling ist 15 x 15 zentimeter ist ein weißer rohling vom action ich habe die gerne doch kann man sagen ihr müsst nur daran denken die pinöppel vorher abzuschneiden also bei der produktion dieser kartenrohlinge ich weiß nicht wie sie das machen wahrscheinlich tanzen sie aus einer form bleiben dann halt immer so kleine pinöppel jeweils pro seite zwei stück die kann man halt mit der schere gut nachschneiden die grundkarte ist soweit geklebt jetzt kommen noch ein bisschen dekoelemente zum einsatz ich habe ja so metallik silberne pailletten verwendet dann habe ich konfetti elemente die sind wie pailletten auch geformt wie pailletten die haben nur keine lochung und ich habe einen mix in rosa blau gelb weiß davon habe ich natürlich nur die rosanen verwendet ich habe auch noch clay elemente also herzchen die aus fimo oder fimo ähnlichem material hergestellt werden davon habe ich zwei auf der ganzen karte verarbeitet jetzt habe ich erstmal nur eins aufgeklebt und beim ausstanzen der notizzettelchen sind mir ganz viele kreise rausgefallen dass es wie gesagt auch spiegelkarton nicht aufgefangen habe auch die werden mit auf der karte verarbeitet es kommen nicht alle zum einsatz es wäre sonst zu viel geworden aber auch die eigenen sich halt sehr gut zum dekorieren der spiegelkarton selber bzw die verpackung die ist relativ stabil und durch das ausstanzen werden sie so schön abgerundet und das sieht aus wie gekaufte embellishments zum schluss habe ich noch ganz kleine zwei millimeter schmuck steinchen die kommen von aliexpress ich habe welchen rosa verwendet das passt halt zum gesamtwerk das umdrehen der steinchen ist manchmal eine herausforderung in dem kleinen behälter sind so viele steinchen und wenn man einen erwischt mit dem wachsstift ist das nicht immer garantiert dass er wirklich passend sitzt da kommt dann das zweite herzchen zum einsatz ich fand das irgendwie so traurig mit einem und ja damit wäre die karte fertig bis auf den koloration natürlich also für diejenigen die sowas überhaupt nicht interessiert können jetzt im gründlichen abschalten für alle anderen könnt ihr gerne dran bleiben ich habe beim kolorieren dieses mal wieder meine aquarell stifte rausgeholt wassertank pinsel mit dem lineal zeichne ich mir meine mein horizont sage ich mal beziehungsweise in dem fall ist das wahrscheinlich eine küchenzeile oder irgendwie sowas in der art habe mich dann entschieden dadurch dass die karte so rosa lastig ist den hintergrund diesmal nicht in blau sondern tatsächlich in rosa einzufärben und ich nehme mir die farbe direkt von der spitze des stiftes ab das heißt ich löse dem pigment beziehungsweise die farbe mit dem wassertank pinsel an und gehe dann mit der spitze des pinsels auf das papier um mein motiv herum wichtig auch da dreht euch bitte die karte das papier oder was auch immer ihr zum kolorieren benutzt so dass ihr dann besser mit dem pinsel hinkommt wo ihr braucht die hand zu verrenken um irgendwie das ganze gerade zu halten ist bringt nichts also also ich finde es ist viel einfacher wenn man tatsächlich das objekt was man gerade ausmalt einfach nur dreht ich trage das relativ dünn erstmal auf das ist bei mir so immer der erste prozess damit ich sehe wo ist überhaupt hintergrund wo ist gerade das element was ich in der farbe haben möchte da hatte ich auch zum beispiel eine ecke das war glaube ich so unter der schütze das habe ich ausgelassen und beim kolorieren festgestellt oder habe ich was weg vergessen solange ich nicht fertig bin bleiben die stifter sowieso in meiner greifbaren nähe das heißt habe ich danach korrigiert aber so erleichtert ihr euch das ganze erst mal erster farbauftrag welches element möchte ich möchte ich in welcher farbe sehen und dann kann man halt wirklich noch schattieren intensivieren oder halt mehrere schichten von derselben farbe auftragen ich habe auch nicht den ganzen hintergrund eingefärbt ich fand es schon irgendwie interessanter den hintergrund weiß zu lassen dass das auge auch so ein bisschen platz hat zum entspannen also wenn die karte voll knallt man kann natürlich sehr viele elemente drauf setzen ich neige dazu halt viele kleine elemente zu benutzen damit dass auch wenn die karte voll ist es eigentlich überfordert und nicht zu überladen ist ich weiß manche sagen schon auch die art von karten ist denen zu viel kann ich verstehen ihr müsst es ja nicht so machen wie ich ich hoffe dass ihr aus meinen videos trotzdem irgendwas mitnehmen könnt und wenn es dann heißt die stanze die habe ich auch irgendwo noch rumfliegen ja die könnte ich auch mal wieder rausholen man man lässt sich auf viele arten inspirieren manchmal ist das auch nur sage ich mal die farbe rosa würde ich sonst vielleicht also es zählt nicht zu meinen lieblings farben aber irgendwie als ich das motiv zur hand hatte oder mich für dieses motiv entschieden habe habe ich mir gedacht süßes und irgendwie war direkt rosa 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 war meine erste wahl vielleicht lag sagen weil ich da schon wusste ich mache dich kirschen auch in rosa ich mag ich mache die nicht in rot wie es eigentlich sein sollte nein ich möchte den rosa und so hat das eine zum nächsten geführt ja und ich möchte halt inspirieren ich möchte keinen dazu anregen irgendwas gleich zu machen also wenn wenn ihr euch die mühe macht und nach bastelt gerne also ich bin ich bin keiner der irgendeinen davor dafür bestraft oder kritisiert wenn einer jemanden kopiert auch auch ich habe angefangen und habe geguckt was gefällt mir und habe es versucht nachzubasteln auf meine art und weise zumindest aber ich sag mal auch so egal ob das instagram ist pinterest oder facebook ihr schaut euch sachen an ihr seht irgendwas und auch wenn es euch vielleicht nicht bewusst ist lasst euch automatisch davon inspirieren also ich glaube da kann sich keiner von frei sprechen also die sozialen medien oder allgemein das internet gibt uns halt die möglichkeit alles mögliche zu sehen und ja warum nicht ich habe für das zuckerglas rosa verwendet für die drei einmachgläser habe ich dann einheitlich rosa deckel benutzt habt ihr label ist weiß gelassen bzw ein bisschen grau schattiert und die gläser selber werden bei mir eher dunkelgrau wie gesagt die kirschen werden ja pink ich rosa rot ich wollte das halt so ein bisschen zu den stanzelementen anpassen ich wollte sie nicht zu knallig rot haben aber ich finde kirschen sind eigentlich ja bräunlich oder braunrot irgendwie eher dunkelrot weinrot irgendwie sowas ne es gibt aber auch kirschen die halt noch nicht ganz reif sind und ich glaube das sind so die farben die ich gewählt habe bei dem kleinen elf ist das relativ wenig fläche die ihr zum ausmalen habt deswegen habe ich die haare nur ein bisschen anschattiert mit dunkelbraun habe dann die hautfarbe gewählt und mit einem grauen stift habe ich dann angefangen die ganzen ich sag mal weißen flächen zu schattieren die schürze den koch helm nicht helm koch mütze manchmal fällt einem das wort nicht ein hier sind die labels die ich gerade male also ich habe mich farblich nicht gerade ausgelastet sage ich mal also ich wollte dass das motiv zwar schon im vordergrund steht aber ich habe die farben von dem ganzen elementen die ich benutzt habe auf der karte aufgegriffen rosa ein bisschen braun weil schokoladen streusel oder schokoladen kleckse was da jetzt im bild dargestellt ist ja man hätte sie weiß machen können wie weiße schokolade ich bin aber kein fan von weißer schokolade also es ist so das einzige was so ein bisschen so den ganzen stil bricht hautfarbe kann man auch nun mal nicht wirklich ändern es ist hautfarbe aber sonst halt wirklich überwiegend weiß grau rosa und so ein bisschen pink ich würde ich sagen die der eisbecher ist bei mir sage ich mal auch erdbeereis dann so so gesehen habt ihr jetzt nicht groß darüber nachgedacht habt dann die streusel natürlich auch weil dadurch dass die elemente so klein sind einfach nur getupft und da nicht groß drüber nachgedacht hier gehe ich wieder in die dunkelgrauen bereiche ich intensiviere das ganze habt dem elf auch eine gestreifte leggings gegeben oder strumpfhose ist das wohl in dem fall weil das ist ja mit bein und ich meine zum schluss gehe ich nur noch mit schwarz rein und schattiere das ganze was ich noch etwas dunkler haben möchte habt im elf natürlich rosa wangen verpasst geht ja gar nicht anders bei kleinen süßen figürchen habe hier noch ein bisschen den übergang zwischen rosa und grau also quasi meine küchenzeile noch ein bisschen verstärkt und ich meine ja jetzt bin ich schon beim schwarzen stift also das heißt das ist wirklich so der der letzte kontrast kann man sagen ja also bei grauen flächen oder bei schwarzen flächen neige ich ja eher dazu eher grau zu kolorieren und dann halt mit dem schwarzen noch ein bisschen zu intensivieren aber dezent also da gehe ich auch nicht in die hautfarbe mit rein weil ich es eigentlich persönlich einfach nicht mag im gesicht diese ganz krassen schattierung meine grundidee übrigens war dass mein licht von links kommt von dem best wishes quasi von einem wort und die rechte seite eher im dunkeln liegt im schatten deswegen habe ich den schatten auch eher in die richtung gesetzt und damit sind wir tatsächlich fertig also vielen dank fürs durchhalten auch dieses videos nicht gerade kurz ich hoffe es hat euch gefallen und ich würde sagen bis zum nächsten mal bis dann tschüss bis dann Vielen Dank.